Stellen wir uns mal vor, da ist ein ganz kleines Kind. Das ist jetzt irgendwie drei, vier Monate alt, ist noch wirklich frisch auf der Welt und das Kind hat noch nie einen Hund gesehen. Und jetzt begegnet das Kind zum ersten Mal einem Hund und hat leider aber das Pech, das ist kein netter Hund. Das ist ein Hund, der vielleicht geschlagen wurde, also ist echt, der ist nicht gut drauf. So, und das Kind ist jetzt neugierig, rennt auf diesen Hund zu, hat aber das Pech, der Hund beißt ihn in die Hand. So, das Kind rennt weg, schreiend weg und hat damit erstmal eine Erfahrung gemacht, Hunde bedeuten Schmerz. So, und das ist sozusagen die innere Information, die er hat, die innere Energie. Und wenn er jetzt, sag ich mal, zwei Wochen später einem anderen Hund begegnet, und das kann der freundlichste Hund der Welt sein, Weißt du, ein ganz liebevoller, spielerischer Hund, der ganz sanft ist und so. Wenn das Kind diesen Hund sieht, wird es trotzdem diesen Schmerz spüren, weil es eben die andere Erfahrung noch nicht gemacht hat. Weil es noch nicht weiß, dass Hunde auch lieb sein können. Weißt du, und dann ist auch viel, sag ich mal, was auch an der Oberfläche passiert, reden, ah, der braucht keine Angst haben, der tut nichts und so. Also, das ist dann auch wenig hilfreich für das Gefühl, was das Kind hat. Und das heißt, es geht darum, dass wir unser inneres Gefühl verändern dürfen. Dass wir vielleicht mal erleben dürfen, wie es ist, wenn wir frei sind von Blockaden, wenn wir zum Beispiel uns mal für wertvoll halten. Und was ganz Einfaches, was man machen kann, ist, dass man mal sich einen Zettel nimmt und einfach mal aufschreibt, was sind denn so meine Wahrheiten über Geld und über mich selber. Zum Beispiel, was ich, Geld ist schwer zu verdienen, am Ende des, wie heißt es, am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig, ich kann nicht investieren, ich verliere immer nur, ich bin ein schlechter Trader, was auch immer. Und dass man sich das alles mal aufschreibt, um es sich bewusst zu machen und sich dann zu fragen, was wäre denn, wenn von einem dieser Punkte, die da steht, das Gegenteil genauso wahr wäre. Weil das Interessante ist, von jeder Wahrheit ist das Gegenteil genauso wahr. Du musst nur einen anderen Menschen fragen. Das heißt, für jemand anders ist das Gegenteil wahr von dem, was ich glaube. Und dann ist die Frage, ist die Wahrheit, die ich da habe, ist das eine nützliche Wahrheit für mich? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin ein disziplinierter, konstanter und fokussierter Händler oder Trader, dann ist das eine nützliche Wahrheit. Zum Beispiel. Und die behalte ich dann natürlich auch. Aber wenn ich denke, boah, ich kriege das nie auf die Reihe, weißt du, dann könnte ich mal fragen, okay, was wäre denn, wenn es eine Möglichkeit gäbe, zu lernen, wie ich zum Beispiel nicht immer in diese Emotionen reingehe von FOMO, also die Angst, was zu verpassen. Und dann kann man damit anfangen. Also zum einen erstmal diese negativen Glaubenssätze, die wir ja da über uns selber haben. Also die positiven, die behalten wir, klar. Aber die negativen mal ins Gegenteil zu formulieren. Einfach nur mal stur das Gegenteil hinschreiben. Das wird sich im ersten Moment sehr komisch anfühlen. Dass zum Beispiel sagen, ich habe es nicht verdient, wenn daneben steht, ich bin ein wertvolles Wesen oder ich bin wertvoll. Das fühlt sich dann im ersten Moment komisch an. Aber was wir dann machen können, ist, dass wir uns mal so ein oder zwei Dinge nehmen und dann mal 30 Tage lang wirklich sehr, sehr bewusst Ausschau halten in unserem Leben, wo wir eine Bestätigung für das Gegenteil finden, also für diesen neuen Glaubenssatz. Das heißt, Entschuldigung, wirklich mal in der Welt schauen, was passiert mir den ganzen Tag. Vielleicht habe ich auch mal, hey, ich habe einen guten Trade gemacht, ich habe einen guten Handel gemacht. Ich bin meinem Plan gefolgt, ich habe mein Risk Management eingehalten, es ist alles super. Und das heißt, ich bin gar nicht so doof, wie ich vielleicht manchmal denke. Sondern vielleicht gibt es nur ein paar Dinge, an denen ich arbeiten kann. Das heißt, wir fangen an, uns zu öffnen. Das ist der ganze Zweck dieser Übung, dass wir uns mal öffnen dafür, dass eine andere Wahrheit auch existent ist. Dass wir, wie du gesagt hast, dass die andere Seite der Sonne auch da ist, die warme Seite. Oder dass der freundliche Hund auch da ist. Wir öffnen uns erstmal. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, okay, die besten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, wenn wir uns dann wirklich auch um unser Unterbewusstsein kümmern. Also da, wo die Glaubenssätze drin sind. Es ist ja selten so, dass einer denkt, boah, ich will voll mein Geld hier ins Minus machen. Das denkt ja keiner bewusst, das macht ja keiner. Und das heißt, da gibt es ja irgendwas, was unter der Oberfläche ist, was das verursacht. Und dass wir uns da auf den Weg machen, das ist dieser berühmte Eisberg. Der berühmte Eisberg, der oben ein bisschen zu sehen ist. Das sind da unsere Ergebnisse. Aber was das verursacht, ist Unterwasser. Und es ist viel größer als das, was sichtbar ist. Richtig, ja. Und das, was unter Wasser ist, sage ich mal, das bestimmt auch so, wie wir unseren finanziellen Thermostat eingestellt haben. Wir kennen ja alle einen Thermostat in der Wohnung. Da drehe ich ein, was ich, 19 Grad. Oder, was ich, wenn im Winter 22 Grad. Und dann stelle ich das ein und dann heizt die Heizung so lange, bis diese Gradzahl erreicht ist. Oder wenn ich dann, was ich mit Klima habe, dann kühlt es auch runter, bis diese Temperatur erreicht ist. Und genauso haben wir alle auch einen finanziellen Thermostat, der eingestellt ist auf einen gewissen Geldbetrag. Weiß ich, manche haben Thermostat von ohne Wertung, weiß ich, von 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 im Monat, was auch immer. Und das Interessante ist, wenn wir uns unserer Zahl nähern, die wir so als inneren Thermostat haben, dann finden wir Wege, nicht weit darüber hinaus zu gehen. Oder wenn die Gefahr besteht, dass wir darüber hinausgehen, finden wir einen Weg, uns wieder zu sabotieren, dass wir schön in unserem Thermostat drinbleiben. Das heißt, dann fangen diese ganzen Selbstabotagesachen an. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, sage ich mal, in diesen unteren Teil des Eisbergs schauen, damit wir diesen Thermostat auch verändern können. Damit wir sagen können, okay, ich drehe den jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Und das können wir machen, indem wir zum Beispiel mit Trancen arbeiten. Das heißt wirklich, tiefe Techniken benutzen, die wirklich mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeiten. Denn wir haben vor dem Unterbewusstsein so etwas wie ein Türsteher. Das ist, im Fachjargon nennt sich das die kritische Fakultät. Die kriegen wir ungefähr, wenn wir so sechs bis sieben Jahre alt sind. Vorher sind wir noch sehr offen und glauben alles, was wir so erzählt bekommen. Doch dann fangen wir damit an, abzugleichen. Was habe ich denn so in mir und was versucht mir jemand zu erzählen? Sind die Wahrheiten relativ ähnlich? Dann kann ich das annehmen. Und wenn das, was ich von draußen bekomme, dem total widerspricht, was ich schon in mir habe, dann kommt das auch nicht rein. Und das braucht halt wirklich sehr, sehr lange. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele mit Affirmationen keinen Erfolg haben. Weil das einfach echt lange dauert. Man kann das, wenn man das jeden Tag macht, morgens und abends vorm Spiegel, sich wirklich diese positiven Sachen sagt, in die Augen schaut. Das funktioniert, ja. Aber es braucht halt die drei, vier, fünf, sechs, zehn, zwölf Monate, bis das greift. Und die wenigsten Menschen haben wirklich auch die Geduld, das so lange durchzuziehen. Und das ist dann wie so, man kann sich wirklich vorstellen, so ein Türsteher vom Club, der sagt dann, wenn man da wirklich ein Jahr lang auftaucht, und ich dachte irgendwann, komm, dann geh rein. Und so ist es auch. Und was ich aber eleganter finde, ist, wenn wir diesen Türsteher entweder schlafen schicken, das machen wir in Trance arbeiten, oder wir arbeiten mit ihm zusammen, das geht auch. Noch eleganter. Ja, weil es ist ja auch so, dass wir alles, was wir in uns haben, auch das, was wir an Blockaden sozusagen in uns haben, war ja mal zu irgendeinem Zeitpunkt nützlich für uns. Vielleicht hat uns das als Kind beschützt vor irgendwas. Oder es hat uns Zusammengehörigkeit zu einer Gruppe gebracht. Das heißt, diese Dinge waren mal wichtig. Und wenn wir dann aufhören, dagegen immer zu kämpfen, und zu sagen, boah, mega, dass du das bis hierhin für mich gemacht hast, und ich weiß, das war wichtig, weißt du. Und ich weiß, mit dem, was du tust, verfolgst du auch eine positive Absicht. Denn alles, was wir so an Teilen in uns haben, verfolgt immer eine positive Absicht. Und dann gibt es Möglichkeiten, auch über Trance zum Beispiel, dass man diesem Teil eine neue Aufgabe zuweist. Neben seiner positive Absicht immer noch oder vielleicht sogar besser erfüllt wird, er uns aber nicht mehr ausbremst. Ein ganz einfaches Beispiel. Stellen wir uns mal vor, Wir haben gelernt, Schokolade gleich glücklich sein. Und das ist aber der einzige Weg, wie wir gelernt haben, glücklich zu sein. Und dann haben wir jetzt aber auch den Wunsch zu sagen, hey, ich möchte gerne schlank und fit sein. Das heißt, da haben wir einen Konflikt. Und der Teil, der uns immer Schokolade essen lässt, der will ja eigentlich nur, dass wir glücklich sind. So, und dann geben wir dem einfach ein paar andere Möglichkeiten, neue Wahlmöglichkeiten, die er auch nutzen kann, um uns glücklich zu machen, die vielleicht sogar noch besser funktionieren, für die wir dann eben keine Schokolade mehr essen müssen. Und so sind dann diese Blockaden manchmal, die wir schon wirklich lange mit uns rumgetragen haben, die können dann auch zu Unterstützern und Verbündeten werden. Weil das Ding ist, solange wir immer noch gegen uns kämpfen, gibt es immer einen Teil von uns, der verliert. Mega. Weißt du, und deswegen bin ich auch kein so großer Freund von Zwang. Und du musst dich aber noch mehr anstrengen und so. Weißt du, ich meine, das haben wir alle probiert. So, du musst dich noch mehr anstrengen und noch mehr machen. Und das führt selten dazu, dass wir im Flow sind. Und gerade im Bereich, zum Beispiel auch im Bereich Geschäft oder Handel, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir im Flow sind. Dass wir präsent sind. Dass wir die Möglichkeiten sehen, die da sind. Und deswegen macht es Sinn, da wirklich auch ins Unterbewusstsein zu gehen und die Sachen auch da zu verändern, wo sie wirklich sind. Und das meist nicht an der Oberfläche. Was natürlich auch bedeutet, das ist emotionale Arbeit. Das will ich auch nicht mehr hinterm Berg halten. Und das bedeutet manchmal auch Blutschweiß und Tränen. Und es ist auch nicht immer lustig, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn man damit konfrontiert wird und wenn sich dann diese Dinge auch auflösen. Weißt du, es wird häufig von auch starken emotionalen Reaktionen begleitet. Und viele Menschen sagen auch, geh weg. Doch es ist der Weg, der halt auch funktioniert. Weißt du, wirklich tief zu gehen. Weil ich meine, wie viele Kurse haben wir alle gekauft? Werde reich bis nächste Woche Dienstag mit meiner Software. Brauchst nur dreimal Knöpfchen drücken, bist du voll reich. Und wir alle haben das hinter uns. Ich habe es früher auch gemacht. Gab es damals im Warrior Forum irgendwie den Nullstunden Arbeitstag und so Sachen. Und funktioniert hat das nie. Wahrscheinlich für den, der es verkauft hat. Aber für den, der es angewendet hat, war es irgendwie immer mehr Arbeit, als da gesagt wurde. Und die Ergebnisse waren immer viel kleiner. Und das Ding ist, wenn wir, ich meine, wir können unser ganzes Leben auch davonrennen und uns irgendwie so durchschlagen. Weißt du? Und auf dem Level bleiben, auf dem wir sind. Doch wenn wir sagen, ich möchte mich vielleicht mehr ausdrücken in der Welt. Weißt du, auch durch finanzielle Mittel. Weil finanzielle Mittel ermöglichen mir ja auch, mich auszudrücken. Zum Beispiel auch Projekte zu unterstützen, die mir am Herzen liegen. Weißt du? Oder irgendwo Geld hinzugeben, wo es mir wichtig ist. Weißt du, zum Beispiel, wenn ich ein Tierheim unterstützen will. Weißt du, wo ich denke, Mensch, das ist wichtig, dass die Hunde da einigermaßen auch mal versorgt werden in diesem Tierheim. Dann kann ich das machen und kann mich so ausdrücken, wenn ich mehr Mittel habe. Und ich glaube, vielleicht auch eine Sache noch ganz wichtig, die wir uns auch immer in Erinnerung rufen dürfen. Wenn wir mehr Geld haben, heißt das nicht, dass wir unsere Mauern höher machen müssen. Wir können auch einfach unseren Tisch länger machen. Wo wir dran, wo alle dran sitzen. Wir können mehr Leute dran sitzen. Und das muss ich mal aufschreiben. Das kann mal ruhig einsinken, Leute. Das ist ja echt krass. Mega. Ja, und deswegen, wenn wir sagen, ich möchte mich mehr ausdrücken, auch vielleicht mehr mein Potenzial wirklich leben. Weil wenn wir zum Beispiel mehr Geld zur Verfügung haben, können wir mehr Werbung schalten. Wir können auch besser für unsere Kunden da sein. Weil wir zum Beispiel nicht immer damit beschäftigt sind, zu überleben, sondern uns auch wirklich Gedanken machen können, wie kann ich meinen Kunden noch besser dienen. Und das heißt, mit einem größeren Geldfluss durch mich durch, kann ich auch mehr von mir ausdrücken in der Welt. Und auch die Welt ein bisschen mehr nach meinen Vorstellungen gestalten. So in meiner kleinen Ecke hier. Weißt du? Und ich denke, wenn wir das alle machen, so die Welt in unserer kleinen Ecke ein bisschen besser machen, dann passiert schon echt viel. Ja. Und deswegen macht es Sinn, diese emotionale Arbeit auch nicht zu scheuen. Weil das Ding ist, die Blockaden sind so oder so da und ob die uns jetzt, sage ich mal, nachts wach halten, weil wir dann uns schon wieder Sorgen machen. Oder ob wir da einmal, sage ich mal, wirklich durch das Tal der Tränen gehen und diese Dinge auch wirklich mal auflösen. Mega. Macht in meinen Augen mehr Sinn, ja. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen verstärken, was der André da sagt, denn der eine wird vielleicht immer noch sagen, ja, okay, aber ich will ja eigentlich Geld aufs Konto haben und ich will ja das und ich will ja das und ich will ja das. Ja, aber schauen wir uns doch mal kurz das Thema Geld an. Denn das Lustige ist, Geld ist ja genügend da auf diesem Planeten. Es gibt keine Notwendigkeit, dass überhaupt jemand im Mangel lebt. Weil wenn du dir überlegst, ein Warren Buffett, der hat so viele Milliarden und er ist jetzt seit über 90 Jahren, der kann, und ich sage dir auch eins, er will das gar nicht ausgeben. Er kann es nicht und er will es nicht. Und neben diesem guten Mann gibt es noch ganz, ganz viele andere, die so viel Geld haben. Wohingegen es viele, noch viel mehr gibt, die wenig bis gar nichts haben. Und der Punkt ist aber der, es wäre so viel da, dass alle genügend hätte. Aber es gibt einen Grund, warum manche mehr haben als andere. Und der Grund, und das ist, glaube ich, jetzt das, was der André sagen will, das bist immer du selbst. Es gibt, also natürlich gibt es immer auch äußere Schicksale, das möchte ich vor allem in der jetzigen Zeit sicherlich gar nicht leugnen oder sowas. Aber am Ende des Tages bist du derjenige, der für dich verantwortlich ist. Ja, wir kreieren unser Leben selber. Und du hast recht, es gibt äußere Faktoren, auch gerade jetzt in der Zeit. Und es gibt natürlich auch Ungerechtigkeiten, was die Geldverteilung angeht, klar. Aber die Frage ist, wo habe ich meinen Fokus? Denke ich, boah, die sollten nicht so viel Geld haben. Oder habe ich meinen Fokus darauf, was kann ich tun? Wie kann ich mehr Wert in die Welt bringen? Wie kann ich meinen Menschen besser helfen? Wie kann ich dafür sorgen, dass einfach auch ich mehr Menschen erreiche, sodass auch bei mir mehr Geld fließt? Das heißt, auch da ist immer die Frage, wo ist mein Fokus? Genau. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch als Unternehmer und auch als Händler, wir haben immer die Verantwortung für unsere Ergebnisse. Weil niemand steht mit einer Knarre hinter uns und sagt, so, jetzt gehst du in diesen Trade rein. Sondern wir selber entscheiden das. Oder du machst jetzt dieses Produkt, du machst jetzt dieses Geschäft. Sondern wir entscheiden selber. Und das ist auch das Coole daran, weil wir auch für unsere Erfolge verantwortlich sind. Und das ist auch okay übrigens, wie du, warte mal, ich glaube, du hakst gerade. Einer von uns hat ein schlechtes Internet, bin ich das? Hallo? Warte, warte, ich höre dich. Okay, warte, ganz kurz, das bin ich, ja. Ja, stimmt, du bist ganz rot. Ja, du warst noch zwischendurch weg. Okay, ich bin wieder da. Okay. Du warst die ganze Zeit flüssig bei mir da, deswegen, keine Ahnung. Okay, okay. Wo war ich denn jetzt? Wir waren beim Thema Verantwortung. Ja. Genau. Und genau so sind wir auch für unsere Erfolge verantwortlich. Und die dürfen wir auch gerne ruhig feiern. Und du hast ja am Anfang ja auch gesagt, dass es auch die Angst vor dem Erfolg gibt. Und, dass Menschen sagen, boah, ich gucke mal lieber nicht auf mein Konto, da ist so viel drauf, da kriege ich Angst. Vielleicht die Angst, das wieder zu verlieren. Oder vielleicht auch die Angst, falsche Freunde anzuziehen damit. Oder, dass man sich selber nicht traut und sagt, boah, wenn ich das sehe, dann habe ich das morgen alles verjubelt oder so. Und auch das sind noch innere Blockaden auf, sage ich mal, in einem anderen Bereich, als wenn das Geld nicht fließt. Aber das ist so dann vielleicht ein Stück weit diese Blockade, das Gute auch nicht annehmen zu können oder zu dürfen. Und auch das führt tief wieder dazu, dass man immer noch nicht glaubt, es wert zu sein. Und man denkt, ja, so viel Geld, ich, ne, und so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir auf eine ethische Weise gutes Geld machen, dass wir das auch annehmen. Und dass wir uns auch dafür feiern dürfen, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir ein gutes Geschäft gemacht haben, wenn wir einen guten Produktlaunch hatten, wenn wir einen guten Trade gemacht haben oder einen guten Lauf hatten. Das heißt, wir dürfen auch den Erfolg annehmen. Weil zu sagen, hey, ich bin so schlecht, ich kann es nicht, warte mal. Ich kann das nicht, ich bin so doof, da sind wir immer sehr schnell mit dabei. Aber wir dürfen auch genauso schnell einfach auch mal unsere Erfolge anerkennen. Und das ist übrigens auch ein Klassiker. Ich meine, das hat von Jim Rohn, habe ich glaube ich das erste Mal gehört. Und ich glaube, jeder sagt es, führe ein Erfolgsjournal. Und das heißt, auch die Erfolge, die man hat, zwei, drei pro Tag einfach mal aufschreiben, um eine Referenz für sich zu haben. Wenn man sich nämlich gerade mal nicht so fühlt und denkt, boah, ich bin irgendwie der größte Loser der Welt. Ich kann nicht mal gerade aus dem Bus gucken, geschweige denn irgendwie handeln. Dann kann man einfach mal reingucken, dass man sich erinnert, okay, vielleicht bin ich gerade in einem komischen State, aber das ist gar nicht so, wie ich wirklich bin. Weil in Wahrheit habe ich schon sehr viel erreicht in meinem Leben und kann auch sehr viel. Und da ist es auch vielleicht nochmal, um nochmal eine kleine Schleife aufzumachen, ganz wichtig, dass wir uns nicht ständig mit anderen vergleichen. Und gerade hier, die Instagrams, wo alle die vollreichen Trader sind, die nie traden, aber trotzdem voll reich sind, den ganzen Tag irgendwie hängen die am Strand und schlürfen ihre Cocktails. Und so, oder die reichen Unternehmer, die nie was arbeiten und bei denen läuft alles von selber. Und dann denkt man sich, irgendwie bei mir läuft das noch nicht so. Und da ist es ganz, ganz wichtig, zwei Dinge und zwar zum Ersten, dass wir niemals vergleichen, wie es bei uns hinter der Bühne aussieht, damit wie es bei anderen auf der Bühne aussieht. Weil auf der Bühne ist immer alles toll. Hinter der Bühne ist bei allen Chaos. Bei allen. Und wenn es nicht im Bereich Finanzen ist, dann in einem anderen Bereich. Das heißt, jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Und wenn wir uns schon vergleichen wollen, dann vielleicht doch eher mit dem Menschen, der wir vielleicht vor fünf Jahren mal waren. Oder vor einem Jahr. Und dann einfach mal gucken, boah, guck mal, ich bin schon ganz schön weit gekommen. Vor fünf Jahren wusste ich noch nicht mal, was eine Candlestick ist. Also, keine Ahnung, was soll das sein, so ein Ding da, weißt du? Und guck mal, was ich heute alles weiß, zum Beispiel. Oder vor fünf Jahren hatte ich irgendwie, bin ich gerade angefangen mit meinem Business und heute kann ich davon leben. Weißt du, so Sachen. Oder dass wir einfach auch mal gucken, was wir schon alles erreicht haben, weil wir das häufig vergessen. Weil wir unsere Erfolge nicht so sehr feiern, weil wir dann immer schon das Nächste wieder machen wollen. Weil wir nehmen uns wenig Zeit, auch das mal zu feiern, was wir wirklich erreichen. Und weil wir auch immer noch vergleichen. Und ich kann dir sagen, es gibt immer noch jemanden, der hat noch eine größere Yacht. Das heißt, das hört nie auf. Es gibt immer einen, der weiter ist als du. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, man kann das natürlich nehmen, wenn man das möchte, als Ansporn. Dass man sagt, okay, der ist weiter als ich, was macht denn der? Was macht denn der anders? Was kann ich denn von dem lernen? Das ist sehr, sehr clever. Aber ich persönlich bin kein Freund davon zu sagen, es gibt einen sehr erfolgreichen amerikanischen Unternehmer, der auch auf YouTube relativ präsent ist. Und der hat mal erzählt, er hat sein Geschäft gemacht mit Direct Response und hat im Jahr ungefähr 17 Millionen nach Hause gebracht. So, dann würde man ja sagen, 17 Millionen ist eine gute Zahl. Kann man was mit anfangen. Und dann hat er herausgefunden, dass Dwayne Johnson zwei Milliarden im Jahr nach Hause bringt. Und dann war er erst mal sechs Wochen deprimiert. Weil er gedacht hatte, irgendwie, ich kann ja gar nichts. Er ist mausearm. Ja. So. Und das, finde ich, ist dann so ein bisschen die ungesunde Art des Vergleichens. Weißt du, wenn wir andere sehen und dadurch unser eigenes abwerten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wertschätzen, was wir getan haben. Dass wir wertschätzen, was wir haben, wo wir sind. Denn, um da vielleicht auch nochmal ein anderes Konzept reinzubringen. Wir leben ja in einem Universum der Resonanz. Das heißt, Dinge, die in Resonanz gehen, ziehen sich an. Und wenn ich aber zum Beispiel den ganzen Tag unbewusst ausstrahle, ich habe Mangel, ich kann es nicht und so weiter, dann werde ich auch von außen, vom Universum, Dinge bekommen, die mir das bestätigen. Und deswegen dürfen wir auch ein besseres Gefühl für uns selber bekommen. Weißt du, dass wir einfach selber anerkennen, was wir tun, was wir sind. Und dass wir auch vielleicht aufhören, ständig was beweisen zu wollen, anderen oder auch uns selber. Sondern, dass wir uns viel mehr diesem Flow hingeben, der da ist. Und aus diesem heraus kreieren. Weil dann entstehen die wirklich coolen Sachen. Weil die wirklich coolen Sachen entstehen meistens nicht, wenn man sie erzwingen will. Und auch die guten Trades kommen nicht, wenn man sie erzwingen will. Wenn man sagt, jetzt will ich und muss ich aber handeln. Sondern, nee, ne? Sondern die kommen, wenn man, sag ich mal, im Flow im Markt ist. André, vielleicht auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe mir extrem viele Notizen gemacht, weil das, was der André da sagt, das ist hands-on. Das ist also nichts, wo du sagst, da kannst du dir hier fünf Bücher anschauen und noch fünf Podcasts oder so. Das sind nämlich jetzt sofort anwendbare Dinge. Das schätze ich so an dir, André. Und wer davon mehr haben möchte, dem empfehle ich tatsächlich jetzt mal das Training zu besuchen. André, du hast ein spezielles Training kreiert zu diesen Themen, zu diesen Inhalten. Magst du dazu mal ein bisschen was sagen? Ja, und zwar, es gibt ein kostenloses Training. Da kannst du teilnehmen. Wir verlinken das einfach mal hier unten drunter. Und das ist ein Training, in dem wir noch ein bisschen tiefer eingehen auf das Thema Geldblock haben. Und, und das ist das ganz Besondere, wir machen dort eine praktische Tiefenmeditation, mit der du wirklich deine größte Geldblockade auch in diesem Training auflösen kannst. Und das ist eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Du wirst wirklich merken, wie sich da auch was löst. Wie du freier wirst und wie du auch ein ganz anderes Gefühl für dich selber und für Geld bekommen kannst. Mega. Ja, wie gesagt, es ist kostenlos, kann man sich einfach anmelden, wenn du denkst, ja, da will ich mehr. Schaut euch das gerne an. Also, ich finde es mega. Lieber André, ich würde erst mal sagen, vielen Dank für diese tollen Beiträge, die du hier für uns zur Verfügung gestellt hast. Ich habe ganz viele Sachen für mich selbst aufgeschrieben. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. und hoffe, dass da ganz viele, ja, einfach da auch mal dieses Training ausprobieren und sich da, ja, dieses Thermostat, das war so ein kleiner Schlüsselmoment für mich, ein Stück weit höher drehen. Lasst uns alle das Thermostat ein Stück weit höher drehen und die Welt ein bisschen wärmer machen. In diesem Sinne, lieber André, danke für deinen Beitrag. Danke, Florian. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre und ein Fest, hier zu sein. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.